Ich habe mit meinem Computer die Möglichkeit, in den Lautsprechern den Ton zu hören und mit einem Mikrofon den Ton aufzunehmen. Wenn ich aber beides gleichzeitig brauche, zum Beispiel weil ich in einem Skype-Gespräch den Gegenüber und mich gleichzeitig aufnehmen möchte, oder wenn ich in einem Google Hangout Musik einspielen will, dann brauche ich eigentlich einen Mischpult. Mein Computer kann das aber selbst, denn ich kann im Computer drin den Tonausgang mit dem Toneingang verbinden. Und wie das geht, das zeige ich in einem Artikel.